herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf unserem kanal hier wahrscheinlich schon bereits im titel gelesen habt geht es heute um unseren wir sind aber trotzdem in minecraft sky wir werden auch ein bisschen über den erzählen und wir haben uns jetzt endlich auch gemacht und ich habe den perfekten ort für diese winter man kann so richtig schön im stern immer jetzt bevor jetzt in die kommentarschaft ist doch durchgebrannt wenn ich mal 30 abonnenten ein merch zu machen freunde ich weiß auch nicht es hat uns einfach spaß gemacht merch zu designen aber er ist richtig cool geworden wir werden euch nach auch zeigen aber wenn ihr nicht kaufen wollen wenn ihr findet dass es durchgebrannt müsst ihr nicht und freunde ist auch in der kanalbeschreibung verlinkt hier wir sind jetzt direkt auch schon im shop mehr in den nächsten zwölf tagen noch bestellt kriegt 15 aber sprachen lernen babbel auf jedes produkt und ich sage euch am besten schon mal wie der shop aufgebaut ist und zwar ihr seht schon wir haben zwei designs bis jetzt es werden noch mehr designs kommen wenn ihr designs vorschläge habt schreibt ihr uns unbedingt unten in die video beschreibung die beschreibung einfach sprachen lernen babbel einmal haben wir unser youtube logo und einmal haben wir alle bros also habe übereinander so übereinander schmolzen und freunde waren wir schon bei harley bros seit bei habe scheint doch auch gerne den harley bros weil wir haben uns unter anderem auch den namen harley bros ausgewählt weil das nicht nur im youtube namen ist sondern auch ein community name deshalb freunde ganz einfach scheint den harley bros drückt unten diesen button der wahrscheinlich noch rot ist auf abonnieren und teilt das video mit euren freunden es ist nacht lasst mal das erste mal schlafen man sieht halt auch schön den sternen himmel warte mal das geht gar nicht oh mein gott warum geht denn freunden dann lass jetzt den shop okay freunde wir werden jetzt ich war schon im shop und zwar ähm wie gesagt zwei designs und wir haben männer scherz wir haben frauen scherz wir haben kinder scherz wir haben tournbeutel wir haben wir haben tassen wir haben sporttaschen wir haben alles mögliche und freunde das muss einfach drin sein die snappacks weil wir beide sind snappacks lover genau genau also er hat zu hause eine riesen snapback sammlung ich habe zu hause eine riesen snapback sammlung deshalb snapback sind eigentlich so das hauptprodukt in ja hier seht ihr einmal mit dem ihr könnt natürlich dass wir das auch gesagt haben außer beiden tassen geht es glaube ich nicht also bei den einten sachen könnt ihr auch die farbe ändern ja beispielsweise jetzt bei den snappacks wie ihr seht könnt ihr diese farben nehmen kommt da auch ein bisschen auf das produkt drauf an hier könnt ihr jetzt beispielsweise auch schauen welche größen wollt ihr und es hat mich auch schon viele komfortiert ein hoodie ist ja richtig teuer 49 für ein hoodie es gibt beanies es gibt kissen es gibt so viele sachen und hier die feier ich persönlich mega eben hier haben wir auch wirklich coole taschen wir haben hier übergehen jetzt kommt der harley bros bereich also der logo bereich übrigens freunde m die models im hintergrund könnt ihr auch kaufen ne ja ich glaube wir nicht mehr engagiert und freunde noch mal was zu sagen wenn ihr was bestellt das produkt wird erst dann wenn ihr es bestellt in den druck gelassen das heißt wenn jetzt zu hause ankommt hat es noch niemand außer der maschine in der hand gehabt also das ist frisch gedruckt nickel nagel neu weil hier haben wir auch wieder t shirts wir haben beanies wir haben wie wieder eine jacke ja dies hier aber allerdings teurer warum verstehe ich auch eine sporttasche wir haben wir haben auch mauspads wir werden uns sehr freuen wir haben auch solche tassen die gläser wieder im lager ja die gläser sind wieder da und wo wir den shop eröffnet haben wir haben erst mal eröffnet und müssen wir schauen ob alles funktioniert die gläser sind wieder da die waren vorhin gab es noch nicht aber jetzt gibt es die wieder die sind richtig gut feiere ich auch übelst was würde ich sagen ich glaube das war es auch schon wieder mit dem video genau das war jetzt mehr so ein werbevideo also gehen wir in minecraft rein und dann würde ich sagen ja freunde ich würde sagen das war es auch schon wieder mit dem heutigen video ich hoffe euch hat das video beziehungsweise der merch gefallen und ja ich würde sagen